Es braucht Menschen, die diese Nationen und Ethnen erreichen. Und diese Nationen und Ethnen sind spannenderweise inzwischen vor unserer Haustüre. Rund um uns um. Jahrelang musste man Tausende von Kilometern fliegen, um diese Menschen mit dieser gewaltigsten Botschaft zu erreichen. Heute sind sie vor meiner Haustüre. Der Semba Different Course ist eine interkulturelle Videoserie für Kleingruppen mit dem Ziel, Kulturen zu verstehen und Menschen zu begegnen. Und wir träumen auch davon, dass Menschen erreicht werden mit dem Evangelium und dass dadurch auch Menschen integriert werden in der lokale Kirche und dass auch die lokale Kirche eine Familie wird für Menschen aus verschiedenen Kulturen. Wir alle nehmen die Welt durch unsere kulturelle Brille wahr. Ich esse Föndi. Ich heisse die Leute einfach willkommen. Sie sagen, hey, es ist schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Noch nie zuvor hatte mir jemand das Du angeboten. Ich kannte das nicht und ich wusste nicht, was sie jetzt genau von mir wollte. Ganz praktisch ist er aufgebaut auf fünf verschiedene Lektionen. Jede Lektion hat ein Video von 20 Minuten circa. Er hat einen Vertiefungsablauf, wo ganz gut aufgelistet ist, wie geschaltet man so einen Abend. Was Muslime brauchen sind nicht deine Antworten, sind nicht deine Argumente, ist nicht deine Theologie, deine Dogmen oder deine Religion. Was Muslime vor allem anderen brauchen ist Leben. Und das Leben, das hast du. Du hast Vergebung erhalten in Jesus. Du hast Frieden erhalten in Jesus. Du hast Frieden erhalten in Jesus. Du hast Propheten, wenn du hast an Geburt. Untertitelung des ZDF, 2020